Eine Aufgabe, an der man eigentlich nur scheitern kann, aber man kann es charmant und mit Stil tun. Eine Aufgabe, an der man auch nur scheitern kann, meist weniger charmant und meist weniger stilvoll. Also eine Vorstellung, dass dort ein Mensch ist, den man nach den eigenen Ideen heranzüchten, heranbilden kann, seinen Charakter prägen kann, sein Benehmen und seine Ziele und seine Herangehensweise an die Welt. Und deswegen glaube ich, dass die Idee von Erziehung irgendein Schwachsinn ist. Ganz schön für alle, die sehen wollen, dass man auf 100 verschiedene Arten sehr schön scheitern kann und es im Grunde doch alles auch ein großer Spaß ist. 1. 2. 2.